Treue soll ja bekanntlicherweise belohnt werden und genau das werde ich jetzt auch machen und zwar mit einem kleinen Gewinnspiel. Ich gebe euch jetzt gleich ein Geräusch vor und ihr müsst raten, was es ist. Derjenige, was das erste richtige Antwort gibt in den Kommentaren, der hat gewonnen und der darf sich dann ein Computerspiel aussuchen, eins von dreien. Ja, mit dabei sind FIFA 2015 zum Beispiel. Ja, und hier kommt jetzt das Geräusch, was es zu raten gibt und ganz wichtig ist, ihr dürft nur einmal raten. Also nicht, dass ihr da jetzt alles voll spammt mit Möglichkeiten. Nee, ihr habt eine Chance, die dürft ihr reinschreiben und ja, ne? Also, hier kommt das Geräusch. Tja, wenn ihr wisst, was das war, dann schreibt es in die Kommentare rein und gewinnt ein Computerspiel. Viel Spaß beim Raten. Ah ja, der Gewinner erfahrt es dann automatisch, wer gewonnen hat. Ich werde nicht dazu schreiben, falsche Antwort, weil dann müsst ihr ja die anderen, ah das kann es ja nicht mehr sein. Also wie gesagt, der Gewinner wird dann von mir bekannt gegeben über das Video oder über Anschreiben. Ich liebe euch. Bis dann.